321 willkommen zurück bei demolish and build 2018 wir stehen hier bei einem alten space shuttle und mal schauen was wir hier schönes tun dürfen dieses alte schiff wird nirgendwo mehr hinfliegen wir müssen es entfernen bevor jemand zu schaden kommt genehmigung für anzahl von sprengladungen 7 okay geil auftrag bretter zaun entfernen das kriegen wir dahin halt still so alles weg so lala ob springer kommen wir hier auf die flügel jawohl so die flügel sind separat ok da oben ist noch zaun sonst sehe ich kein zaun weiter oder nein wird der zaun hier oben alles mit dazu ok dann weg damit zerstöre raumschiff sprengstoff sprengstoff dann trägt uns auch noch was na na jetzt sich noch cool oder stehe auf das ist hier los ok wir kommen hier aus der kuhle nicht raus schweiß ich will kein wegpunkt ich will kein wegpunkt spring spring springen 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 ein kinder anruf wenn man eine frau dich anruft sagt bitte dass ich bei dir schlafe choice was wäre denn passiert wenn ich den weiblichen charakter gespielt hätte ja akzeptieren ich will ein taxi nehmen jetzt rennen wir da hoch klasse hier kommen wir stehen berg hoch so rest lassen wir stehen vom präderzaun zerstöre raumschiff sprengladung doch wo ok so das ist ja mies das ist ja mies abreißen da müssen wir wohl schneider nehmen zählt das und verdammt das ist ja nicht 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 holen vor verflixt axt so kommt wir wollen den bulldozer so einsteigen jawohl f ja 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 Ich habe alles gefühlt, ich fühle, unser Bulldozer macht nicht mehr lange mit. So. Oh, das war ein guter Versuch. Wow. Pam, pam, pam. So. So. Volle Kanne nochmal durch. So. 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 Ja, warum mache ich auch die Pumpelarbeiten hier? Ich sollte echt mal ein paar Leute anheuern. Noch ein Müllsack, da ist ein Müllsack, hopp. Zap zap zap, zap zap zap. So, und hinterm Tixi. Heißt du das Tixi hier? Nein, mobile Toilette. Na gut, wir wissen alle, dass Tixi Häuschen. Auch wenn es da noch andere Firmen gibt. So, pop pop pop. Ah, Bulldozer. Einsteigen. Mal machen wir mal ein wenig planen die Sache hier. Was liegt hier eigentlich rum? Ist das scheiße? Das ist ja ekelhaft. Maulwurfshaufen könnte es auch nicht sein. So, und noch ein großer Haufen. Aber das machen wir ordentlich. Ist ja schließlich unser Grundstück. Bis zum nächsten Mal.